hallo meine lieben freunde auf maverick tv und zwar haben sich viele wieder ein einkaufsvideo gewünscht und jetzt zeige ich euch ganz schnell was ich gekauft habe und zwar einen eisbergsalat wieder exotik saure gurken endlich mal gefunden 1688 brot verscheiden denn brot ist ungesund gute griechische griechische art mit kräutern zum salat zum salat wird es auch tabasco geben meine lieben freunde dann pepperoni darf natürlich nicht fehlen die altbewährte kaufland dann kinderriegel und zwar sind da drei karten dazu kommen wir später denn die karten müssen in dieses sammelalbum dazu gibt es noch ein extra dann die gute türkische rtürk gönnen wir uns heute zum salat aufs brot damit mein album auch im fertig wird und mc smoke ein paar doppelte von mir bekommt habe ich hier noch ein paar tüten sammelbilder besorgt und zwar auch noch mal hier die 10er packung video welche spieler drin waren folgt auch am ende des tages runter gesetzt auf 11 die artischocken herzen sehr sehr lecker zum salat und da ich die so liebe und mir ein glas nicht reicht habe ich hier natürlich noch ein zweites glas besorgt und zwar meine lieben hat das alles sumo sumado stolze 27 euro und 57 cent gekostet das war der einkauf und ich bin weg bis alter mav